Okay, wir sind wieder daheim. Ihr seht, wir haben es wiederholt. Wir haben heute den beiden letzten Wollen gefunden. Das war ziemlich offensichtlich. Wir sind sogar direkt dran vorbeigelaufen, beidesmal. Ziemlich lame. Die waren so einfach zu finden. Vielleicht die waren echt so leicht zu finden. Ja, wir machen aber jetzt erstmal weiter mit dem normalen Level. Denn wir haben da ja im Prinzip ja geholt, die erste Blume, die fehlte. Das ist Rhaime. Gut. Die beiden letzten Level, ne? Ja. Ja, bis auf das Spezial-Level, was noch fehlt. Und die eine Wolle. Jetzt kriegen wir den Brown-Yoshi wahrscheinlich. Schoko-Yoshi. Nee, den hier. Schoko-Yoshi, ey. Ja, fast. Fast, fast, richtig. So, eins, sieben. Herumgekrebst am Strand. Oh, wir sind am Strand. Yay. Acht Level, neun Level. Das sind fünf Welten mit jeweils zehn Level. Das kommt hin. Mhm. Ja. Wenn sie jetzt 50 auf der Hülle, steht auf 50 Level. 25, ja. 25 plus. Na, wie nachdem, ne? Ja. Plus, sage ich, ja. So. Alle, das ist voll süß. Wasser. Kann man schwimmen? Ja. Das aussieht, ey. Komm. Ich kann mich gescheitern, ey. Ey, Krebs. Mach' ihn kaputt. Und die kannst du wieder hier so zerstören. Ja, ich weiß, aber wenn du mit dem Weg bist, kann ich nicht auf die Dinger schießen. So. Gammelkopf, geh weg hier, du hast genug. Hör schon weg. Geh weg, Gammel. Ich hab' das gef... Ich hab' ich hab' Ich hab' ich... Ich kann keinen werfen. Kann so ein bisschen schwimmen, kannst du nicht. Hier ist keine Warte, was du machst, dir... Warte mal. Pfff. Geh mal da weg. Du kannst... So ditschen, wollte ich grad sagen. Wie so ein Stein, weißt du? Das läuft bei ihm, ey. Mr. Crab, der Böse. Ja, auf jeden Fall, ey. Das ist ein Portemonnaie, weißt du? Was ist der Crab? Ach, du bist ein... Du bist ein Superheld. Du bist mir genau da reingejumpt, ey. Ich hab' keine Eier mehr, warum? Hol dir die ja von oben. Das ist mein Arschloch. Ey, ich hab' mir mal ein Ei geklaut. Hab' ich nicht. Ich glaub' mir immer mal ein Eier. Ey, die erste Blume. Blume. Da ist was. Jetzt hab' ich nicht runtergeschubst. Voll drauf, ey. Bauchklatscher. So, haben wir. Yay. So, komm. Du hast eigentlich kein Leben, ne? Du hast eigentlich schwer keine Leben. Weiß ich nicht. Mr. Crab sagt immer ein. Ähm. Was ist die Idee? Ich glaube, wir haben was da kackt. Ein bisschen schlecht. Scheiße, das stimmt. Wir haben das geschenklich gekriegt, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen hier wieder schießen unter Wasser. Auf Wasser. Okay. Wow! Geh weg, hier. Das ist keine Blume gewesen. Nö. Das war irgendwas anderes. Er war da eine Volley. Sicher? Ja, Mann, was soll's denn sonst? Vielleicht war's auch nur Manni, 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 Manni. Bezweifel, ich glaube, ja, es war eine Volley. Mann weiß ja nie, ne? Ich glaube, es war eine Volley. Wow, ne, wow, ne, wow, ne, wow. Machst du, wer diesmal? Motorrad. Yay. Brum, brum, brum. Ich hab' jetzt nicht gelesen, wie es geht. Ja, ne. Auf A springst du, glaube ich. Okay, einfach nur. Ich spring einfach mal wieder zu weit. Na, ich bin stehen geblieben. Toll. Toll, helfe kackt wegen dir. Ne, ich wegen dir vor allem. Ja, genau. Ne, das war eine Volley gewesen. Läuft. Du bist ganz schön zu langsam gerade. Ja, ich tu mir leid, ich warte nicht. Ich hab' auch kurz warten. Warte, warte, du Arsch. Ich bin schnell wie du. Brum, 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 brum. Das war schon ein Stil, ne? Na, ein bisschen, ne? Warte, warte, bevor du. Ja, ich hab' dir auch kaputt zugemacht. Warte, Mann, da ist was drin. Herzen. Yay. Happy Birthday, Julia. Kriegen wir die weg hier? Komm mal da dran. Warte, hier, so. Ja, so, sieht man, wie top du bist gerade. So. Ah. Ich wollte aber erst die Krabbe töten. Hast du auch top hinbekommen. Ich bin stolz auf dich, wie du die Krabbe getötet hast. Ich hab' genau geschossen. Boah, hast du gesehen, wie ich geschossen hab' gerade? Mann, ich will doch nur diese Scheinleiß. Meine. Mein Gott. Du mir immer alles klaust, ey. Ja, ich hab' mir keine Eier. Du bist so top. Du hast sie mir ja geklaut. Das waren ja eigentlich mal meine. Ja, das waren deine Eier. Genau. Immer deine Eier. Schieß mal, lieber da. Krieg doch hin. Easy going. Ja, easy going, ey. Easy going, labert er. Er labert easy going und verkackt das, ey. Was ist das denn hier? Die Menone. Du kannst aufschießen hier. Ich hab' keine mehr. Da ist neu. Ja, toll. Du wirst mich auch untergefallen, ey. Ey, hier ist noch was. Jetzt hier noch was versteckt, oder? Die Schaum. Da ist tatsächlich was. Siehst du das? Die Wolle. Einfach mal so zwischen den Schaum. Ja, aber das bringt uns nicht. Die zweite Wolle fehlt. Das ist die Wolle, die wir verpasst haben. Ja, wo das Kissen. Ja, wo ich dir das Kissen-Ding ins Wasser gefetzt hab. Ich hab' keine Eier. Ja, könnte sein, dass du eine Blume hast. Deswegen müssen wir schauen. Das ist echt doch top, Blume. Gute Blume. Wenn du mir wieder im Weg bist, ey. Bist mir immer im Weg, ey. Komm her. Roti mach. Blume. Yay. Oh, Mann. Du, Peller, ich hab' ne Menone. Ich hab' keine. Haha. Geh' mal weg. Ey, da ist was. Ich glaube, wir brauchen Eier dafür. Oder? Nein. Jetzt bringt uns nichts mehr, was einsammeln. Selbst dann fehlt uns immer noch eine. Trotzdem, die haben ja jetzt auf den Weg mitgenommen. Du Held. Ja. Du warst gut gemacht. So. Yay. Werd' cool, ich wieder. Ja, trotzdem mal, ich vor dir drin. Die Blume hast du mitgenommen. Ja, ich war trotzdem vor dir drin. Ja, ich glaube, es kommt aber darauf an, wie lang die Level sind, weil jetzt haben wir wieder sieben Minuten für das Level gebraucht. Und wir haben am Anfang noch was anderes gemacht. Ja, das war auch recht kurz, der meiste Teil ging ja durchs Motorradfahren weg. Ja, wir haben fast alles wieder geholt. Bis auf die Wolle. Müssen wir eigentlich nochmal zurück. Und die eine Wolle holen, nicht so viel, den ein Level. Machen wir doch jetzt direkt sofort. Ja, aber jetzt kommen wir so erstmal zum Boss. Ja. Den machen wir platt und danach gehen wir das ein Level zur Ruf, wie die Wolle vergessen haben. Oh, die Wolle, die Blume. Eine Blume fehlt uns dann noch in dem einen Gammel Level. In dem einen Gammel Level. Och ne, nicht diese Scheiße. Oh, das wird zwar noch rumgemockt, du Arsch. Alter, fett. Hier geht ich auf deine fucking Seite. Das Bonus ist der E-U-Sache, es geht hier ums Wochen. Ja, ich bin aber besser wie du trotzdem. Arschloch. Er ist ein Arschloch, oder? Nein. Leute, schreibt mal bitte in den Kommentaren, dass es ein Arschloch ist. Nein. Nein. Doch. Stimmt dafür, dass Padi ein Arsch ist und er mich besser behandeln sollte. Ich behandle dich immer nett und freundlich. Wir haben Beweise. Und zwar genug. Wo ist das denn? Ich sehe keine. Du guckst in die Kamera, die nimmt auf. Die vergisst nicht. Die sehe ich nicht. YouTube vergisst nicht. Ich sehe es nicht. YouTube vergisst nicht. Boss Zillibos Schlosses. Diese fette Sau ist das doch, oder? Das ist der mit dieser blauen Strickung. Dieser fette, der sitzt das Ding da vorne. Ja, ja. Dieses fette Teil. Den gibt es auch als Yonchi, nämlich. In dem Level. Ja, die Pille-Sose alle nicht. Es ist egal, was wir machen. Schon normal mittlerweile. Finden wir nicht. Ich habe zumindest meinen Schei-Guy. Bin schon zufrieden. Na. Den wollte ich gerade töten. Oh. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Oh. Ah. Ah, kacke. Ich hab zumindest schon mal ne Wolle. Nein. Dann fass ich erst tot gewesen. Nein. Ihr solltet's mal anhalten, da oben ist was. Ja, weiß ich doch. Hast doch ges- Alter, du. Wer hat's geregelt? Wer hat's geregelt? Komm bloß runter. Komm bloß runter. Du bist ein kacke Arsch. Was ist das denn? Ey, die sehen heiß aus, ey. Oh. Du mal. Warte mal. Ins. Alter, jetzt kommt ihr doch nie wieder hoch. Wieso? Du hast die Typen gekehlt. Was ist das Problem? Komm her. Komm her. Mach nochmal so'n ordentlichen Geschoss. Nein. Oh, mein Gott, ey. Oh, bist du hässlich, ey. Ja, wer regelt ich? Ja, wer regelt wieder ich? Er ist scharf im Ring. Ja. Das sagt deine Mami auch zu mir immer. Ja, der Chef im Ringe. Der Chef im Klo bist du, ey. Bist du der Chef im Klo, ey. Klosaube machen vielleicht, ey. Nee. Geh mal hier kuscheln. Uh. Das sind ey. Wir brauchen einen Schlüssel, du Arsch. Ey, das was. Leben. Yay. Du hast nicht getroffen, in der Flasche. Ich hab was anderes getroffen. Ja, du hast getroffen. Jetzt labert er wieder rum. Ja, jetzt hab ich meine Eier alle für den, du Arsch. Du bist mir ja gestorben, du Kackstück. Dann komm, hol die Eier. Kann ich nicht, ich bin tot. Ah, 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 ah. Willst du alleine probieren? Willst du alleine probieren? Na, hau ab. Hau ab. Du hast mir meine Eier geklaut und du klaust jetzt deine. Du kannst mir doch vorhin schon die Eier hier klauen. Ja, ja, das ist keine Beweise. Doch. Ja. Ja, Alter. Ja, ich hab irgendwas getroffen, da. Hui, ich bin da. So, komm jetzt mit hier. Schieß mich da hoch. Nein, erst was. Ja, du hast mal die Bänder in der Zuckung, Alter. Du machst doch schon voll aggressiv. Ich mach nicht aggressiv. Stimmt, warum wir mit Donkey Kong spielen, ey. Nee. Das war ja nicht so witzig, amüsant. Ja, deswegen schieß ich ja ganz hin rum. Ja, natürlich. Natürlich. Hast du gut gemacht. Ich weiß. Homo. Hab ich gut gemacht, ich weiß. Warte mal. Komm mal hier. Siehst du, so läuft das Mensch. Nichts kann der Junge alleine. Nichts kann der Junge alleine hier. Nichts kann der Junge alleine. Immer muss ich helfen, ey. Soll ich auch helfen auf Toilette, damit der Arscherfisch... Fällt's grad runter. Nein. Ey, doch, bist was. Roter Regel mal. Ja. Du bist doch... Was denn? Noch mal hier in Luft. Was kommt eigentlich zu mir? Bist du in Zeitpunkt hast du dich ausgesucht, oder? Bist du ein Arschloch? Okay. Äh. Bist du behältet? Was machst du da? Ah. Ich muss was warten. Oh, ich grunsch hier rum. Ey, das war's. Das war's. Das war's. Das ist mir... Das war's also auch nicht. Ich kann doch nicht. Ich fliege hier rum. Hilfe, Hilfe. Yay, ich leb noch. Das war schlau, dass die Elfse in meiner Eier... Ich hab's grad nur in Gerona gefallen. Tschüss. Weißt du, ich mach das. Und was machst du für ne Kacke? Geh mal auf da. Ja. Dann geht doch. Siehst du, so wird geregelt hier. So wird geregelt. Du musst immer... Oh, top. Top Aktion. Top Aktion. Ja, weil du Kackstück, der so langsam bist, ey. Mann, Mann. Sieht alle aus wie du, ey. Du hast ne gewisse Ähnlichkeit mit denen, finde ich, ey. Fühlt nur die blaue Hose. Ich bin Trance. Ja, wie hell liegt das? Ich komm mal zu dir hoch. Nee. Hau ab. Ich komm zu dir hoch. Hau ab. Ich regel das hier alleine, siehst du ja. Hau ab. Dann haben wir lieber den Schlüssel ein und die Dinger. Das alles Gesamt. Bis auf diesen einen. Und das war der Stempel. Stetten? Shit auf die Stempel. Ja, ist auch so, ey. Warum bist du schon wieder... Eint. Affen. Bäm. Du bist so dumm. Wieso? Ich lebe doch noch. Ja, aber warum schießt du mich denn da hoch? Ich will jetzt mal wiederkommen. Jetzt komm. Er dreht gleich durch hier. Mein Gott, jetzt geht doch nicht mal, wir sind tot hier, ey. Kommst du jetzt endlich mal? Komm wieder. Siehst du, sag doch. Komm wieder. Jetzt ein Arschloch ist er. Helfe mich töten wieder. Verdienst du. Warum? Ich bin der Beste von uns hier. Du bringst dich um. Das weißt du gerade. Ja, vielleicht. Aber wir werden geregelt wieder. Hast du gut gemacht. Dummkopf. Ja, ich glaube, wir kommen nicht da ran gerade. Hier, mach mal. Hier, ich helfe dir mal ein bisschen. So geht das, ey. Hallo, sprich mal ehrlich dagegen, Mensch. Pussy, ey. So, ich hab Eier. So, jetzt kann ich mich scheiße, wie du jetzt hast. Vergiss es. Du wirst, dass du stirbst, ne? Er mobbt mich, Leute. Machen wir was dagegen, Mama, Alter. Och, nicht wieder runterfallen, ey. Och, Mann, muss ich regeln hier. Mann, 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 ey. Ich weiß, dass ich gut bin in dem Spiel, ey. Alle Eier weg. Alle Eier weg. Ich hab's gesehen. Warte kurz. Ich blieb das nicht manchmal. Du downwardst, muss ich sagen. Oh, oh. Oh, 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 oh. doch ist das und ich habe sogar noch was im baum gehabt zusätzlich ich habe es geregelt wieder ein herz gebrochen ist ich weiß regelmann das münzen münzen ja alles klar komm jetzt endlich mal ein bisschen lahmarsch ich immer das ist ja eigentlich die letzte blume weiß ich nicht ich hab sie noch nicht gesehen hab ich dich eigentlich in mir im maul ey ich esse nicht aber alter du bist echt lebenswürde ich hab dich gerettet komm wir gehen noch mal runde fliegt lass mich lass mich das was könnte ich nicht nehmen ich habe dich gerettet ja ich bin oben hey cool einer fehlt noch da oben ist die letzte blume und auch der stempel wahrscheinlich haben wir war das nicht dann auch dabei ich glaube nicht ja ja betont warte kurz ich schieße mal dagegen weil er komme ich wollte da brauchst du nicht immer sterben wieder geht sterben ich trete da durch seht ihr schon wie entspannt er ist ich muss nicht unbedingt mal ein rocket league abziehen die nase und da wirst du ganz schön hartnäckig ich dachte er hätte schon lecker aufgegeben selber note dir die hosen zu und schnack dir ja genau es dicke worden ich brauche nicht mehr nein du brauchst mich gar nicht du musst nur die hose aufknüpfen kann ich nicht Ich sterb, wenn ich jetzt getroffen bin. Warum bist du mir im Weg, Mann? Schieß mich weg. Komm her, ich mach das nackig. Ja, schieß mal auf. Ich hab keine Waffe. Oh, du machst die nackig. Du stehst auf kleine, dicke, runde Kugeln. Möchtest du das sein? Was? Warum hat er denn... Sein Ernst? Was ist das denn mit Dinger? Hey, ich hab ein Regner von oben. Was? Richtig, einer hat mir einfach Wut gemacht. Ich mach ihn aus. Zieh ihn aus. Nackig gemacht. Verdeckt jetzt nur die wichtigsten Stellen, ey. Oh ne Scheiß. Bam. Läuft bei mir, ne? Mach ihn nackig. Ich hab gewonnen. Ey. Zieh dir das an. Das geht mit ihm. Das ist geplatzt. Komm her, ey. Läuft bei mir, ey. Jetzt geregelt. Ich mal wieder. Nein. Ich glaube, wir werden es auch so machen gleich. Boah. Das ist knapp. Das war schon etwas knapp. Ich glaube, wir haben eine Blume jetzt nicht noch. Die noch fehlt hier. Eine Wolle fehlt. Oh, ich weiß, wo die war. Die Wolle. Die ist unter diesen Zillow-B-Dinger-Fietern. Ja, natürlich. Wo man weiterrennen konnte, weißt du? Weil wir da durchgegangen sind direkt gleich. Ja, wir sind ja über die rüber. Ja, eben. Deswegen sag ich ja. Eigentlich sollen wir in unten. Deswegen sag ich ja. Wir haben es verkackt. Shit. Mann. Du musst einen Trinkernstecker halten. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Oh, es gibt Gratis-Dinge. Herzlichen Glückwunsch. Gratis ist immer gut. Tschüss, Kamek. Alter, da fliegt Flan-Gamer. Die Ähnlichkeit ist echt verblüffend. Ja, was macht der da? Hacks, kack, kack, kack. So. Jetzt mal kurz schauen. Ja, ich weiß es. Es ist eine fehlt. Ja. Eine Blume. Eine Blume. Ich glaube, es ist das Level hier gewesen. Das letzte. Wir spielen bis zum Ende hin. Und gucken, ob denn da rum, wo es sein könnte. Weil wir wollten den Anfang gar nicht mal sehen, glaube ich. Nochmal. Weil den Rest haben wir ja schon alles gut. Es fehlt ja nur im Prinzip die eine Blume. Ja. Bis dann und tschüss. Und tschau. Tschüss. Wow. Tschüss.